hallo und willkommen zurück hier bei grab the world und wir brauchen wollen möchten weiter natürlich hier machen und wollen wir uns jetzt eine farm aufbauen fehlt aber eine werkstatt und die werkstatt macht uns sorgen weil wir einfach hier keine das ist übrigens rana sie ist fischer und schwimmer weil wir keine das war das so und hier möchte ich doch auch noch wo ist jetzt hier das problem bauerholzmauer und hier möchte ich doch ein bisschen licht haben bei den kleinen tierchen weil wir keine kein eisen irgendwie hochgeschleppt kriegen aber jetzt sollte man doch hier ankommen so langsam auch hier ist was das ist schon mal schön wir tasten uns ran in der gefahr so anna ist ganz schön schnell so wir haben uns nämlich eine zweite heldin die rana geholt die steht auf frösche und die frösche die sind ja die hat noch eine keule guck an was haben wir denn haben wir denn irgendwas für sie was stärker ist als eine keule ein auf jeden fall glaube ich irgendwie rüstung auf jeden fall irgendwie noch gucken bergarbeiter tischler eine ahnung tischler steinmetz der ist doch gut für bergarbeiter so auf jeden fall irgendwie so hier oben haben wir jetzt was haben wir jetzt jetzt machen wir das mal so noch mal hier mal noch mal zack und also jetzt aber bauen wir hier erstmal blöcke so ja das ist völlig okay aha okay machen wir mal licht naja gut ich dachte jetzt da kommt was tolles aber nein da ist wieder nichts dann machen wir das halt so und so und kam hier und kam hier und kam hier und kam hier bei mir und kam hier das ist ja das können wir weg machen das wird da wohl nicht mehr gebaut dann bauen wir die fackel halt hier hin und ich dachte wir kriegen jetzt mal irgendwie portal aber nein 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 kein portal gut dann halt nicht so was brauchen wir was möchten wir haben hier unten haben wir auch gerade genau haben auch mal hier lichter rein da gehen wir ja hier meistens runter je nachdem so und da unten wird um wird fröhlich gebaut wir wollen jetzt aber unsere werkstatt haben so unglaublich dass eine werkstatt nicht kriegen also den tisch besser gesagt nägel na wir brauchen ja bloß die nägel so jetzt aber werkstatt wo ist meine werkstatt ihrer werkstatt nach der tisch muss erstmal gemacht werden okay dann können wir mühle können bauen aber da brauchen wir auch eine werkstatt dazu jetzt wird es aber wild hier okay wir haben hier irgendwie total unsinnig platz verbraucht dafür nichts gut wir könnten die dinger da hier runter verlegen aber wir haben hier noch so ein schönes warum auch immer noch mal eins frische sind aber wild so was jetzt mit unserem bett können wir es jetzt endlich hinbauen ja piranha braucht doch ein bett mensch wenn ja hier nicht auf dem boden schlafen ja hier ist mal wieder nichts dann kram mir halt darunter hier ist auch nichts dabei so war mir schon genau du kommst jetzt mit dem bett das ist schön essen ja natürlich entschuldigung essen bin sofort da bei dir bin ich voll bei dir essen was haben wir fisch wir haben dieses hier schön lecker und dieses hier schön lecker und dieses hier schön lecker und sogar brot haben wir guck an ein brot da wären wir noch nicht mal die mühle so so die zahl erstmal nur fisch also auf den großen tisch passt eindeutig mehr so komische eistisch sehr lächerlich klein hier geht es auch runter das heißt da könnte man eigentlich auch eine klappe machen haben wir noch eine klappe werden bestimmt auch schon stein klappen oder so machen oder wir haben sogar noch fallen aber das verbesserte portal ich weiß immer noch nicht kann durch ein spezial sauberportale zu biomen und mehr spiel öffnen nee das will ich ja gar nicht das brauche ich gar nicht glaube ich habe ich keine lust zu so mühle kann ich erst bauen wenn ich den tisch habe was ist jetzt mit dem tisch habe ich den habe ich gar nicht gebaut oder wie oder ist gerade unterwegs und ich habe nicht gesehen essen die meine frische irgendjemand ist hier meine frische können wir noch mal angeln kann auch ich kann anscheinend richtig gut angeln weil wir wollen ja auch noch eine farm hätte ich weiß nicht soll ich die wo soll ich die farmen bauen deswegen brauchen wir auf jeden fall auch dann haben wir noch ein taucherhelm okay setzt das war nicht wahnsinnig wichtig jetzt nur wichtig wenn wir das einsammeln möchten ein sieb schleifstein da können wir natürlich auch bunten eisenschild können wir auch mal produzieren weiß davor brauchen wir schon wieder eisen das ist zauberwald da können wir uns ein wald zaubern okay da wird anscheinend irgendwann mal jetzt wird er gebaut guck an er wird gebaut sehr unglaublich so was haben wir denn hier aha da haben wir noch mehr eisen können wir da eigentlich mal ein bisschen hoch graben oder wir kam einfach nahe war die schon wieder die nerv kekse schon wieder ne machen wir so passt schon alles gut lassen wir so wie es ist hier weg hier weg da auch noch hier auch noch ja ja du du bist mal dran und fische zaubern war frische zaubern so ist jetzt unser tisch da können wir jetzt endlich unsere ersehnte nein unser besucher wo unser tisch wird meiner diesen tisch stein bringen so ein portal dass wir endlich unseren tisch mal unsere werkstatt bauen können ja die klammer ja hier können wir nicht zu machen können das wasser 1 absenken aber nöö weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit so habe ich jetzt meinen tisch ich habe immer noch keinen tisch irgendjemand schleppt ihren tisch durch die gegend und jemand schleppt ihren tisch durch die gegend also der schleppt ganz schön viel einer schleppt gar nichts die schleppen auch nichts so wo ist mein tisch kann doch nicht so schwer sein tisch hier hinzubringen die sollten wir mal lieber helfen quark die quark machen die ähm ok schere angel ja wir müssen jetzt irgendwie hier mal weiter kommen ich will meine verdammte die farmzaun ähm farmzaun okay das können wir eigentlich auch mal bauen ähm eins oh wie eins ach jetzt war schon wieder kein seil mehr ach ich will doch kein nein ich will doch seil haben oh eieiei eieiei seil ja so jetzt was wollte ich denn jetzt bauen wollte ich oh keine nägel so dann machen wir ein paar nägel und ein paar bretter so machen wir ein paar bretter oh was ist denn hier jetzt sehe ich auch schon wieder bäume buch des schwimmers sehr schön okay wie sieht es hier aus hier sieht es gut aus hier haben wir ein bisschen gegraben hier unten ist aber nichts hier ist ein bisschen kohle hier ist auch nichts wahnsinnig dringendes außer kohle wer soll man denn hier runter ja soll man das dann machen kohle halt noch ne da ist halt kohle könnte man noch einsammeln ach ja genau was ich machen wollte eigentlich ich wollte noch so ein deckel hier haben mal verschwinden unsere tische oder das ist doch jetzt echt seltsam langsam oder das ist doch jetzt der zweite tisch den ich gebaut habe den können wir eigentlich zerkleinern den bauen wir jetzt auch an ab seltsam meine tische verschwinden das ist ja echt gruselig okay wer will meinen tisch hier klauen wer klaut denn meine tische ich glaube die braucht das nicht hier die kriegt was kriegt die denn was ist die denn schwimmer habe ich gar nicht so ein schwimmding jetzt bin ich echt ein bisschen verwundert der ist Bogenschütze und Jäger kriegt der Krieger denn das Schild und die kriegt den Rucksack haben wir noch einen Krieger aktuell nö wie jemand ohne ohne irgendwas genau Bergarbeiter und Steinmetz Schwertkämpfer okay könnte man ihm geben jetzt Krieger so das geht jetzt wahrscheinlich hier rum und hier oder muss man da wahrscheinlich noch eine Tür setzen haben wir denn noch eine Tür eine Tür haben wir nicht weil wir sowieso extrem wenig Eisen haben ich weiß auch nicht wie das passieren konnte wir können das Ding einfach nicht bauen weil wir ständig keinen Tisch haben seltsam ich kann mich jetzt daran erinnern dass ich zwei Tische gebaut habe und die sind einfach nicht da kostet mich doch auch Rohstoff ich habe da nichts zu verschenken oder Mensch echt gruselig irgendjemand klaut mir hier Tische seid ihr das? klaut ihr mir Tische? ja ja also nach dem Gelächter zuurteilen ja ich kann mich doch hier nicht Tische klauen lassen das ist ja muss ich halt nochmal einen Tisch bauen ich weiß ja nicht ich baue jetzt halt nochmal einen Tisch ich hoffe der wird jetzt auch mal gebaut und vor allem kommt er ins Lager dass ich endlich mal die Werkstatt bauen kann oh Holzfäller mal hier einen Tisch äh ne Schreiner mal einen Tisch meine ich doch gut wir haben jetzt noch 6 Minuten bis zum nächsten Angriff da sollten wir ja fast mal oh bist du runtergefallen so die muss doch hochklettern das ist mir natürlich zu verhindern Mann 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 das ist jetzt ein bisschen nervig jetzt habe ich zwei Tische auf einmal guck an irgendwo haben sie diese blöden Tische hingelegt ach gut bin ich ja bin ich ja will ich nichts gesagt haben dachte schon ich hätte so ein Klauzwerk oder so in meinen Reihen so dann wird jetzt hier endlich mal das hier Ding hier gebaut und dann kann ich auch endlich eine Mühle bauen wenn ich die Werkstatt hier gesetzt habe wo kann ich denn jetzt die Werkstatt hinsetzen jetzt brauche ich irgendwie mehr Platz ach da oben ist doch auch blöd so weit weg kann ich vielleicht hier nochmal oder das stürzt mir denn alles auf den Kopf gell eigentlich vielleicht sollte ich die Betten verlegen mal hier die Werkstatt reinbauen ich baue jetzt mal hier die Fackeln ab ich baue jetzt hier mal einfach eine Decke komm ich baue jetzt erstmal da oben hin ich muss da irgendwie mal jetzt weiterkommen so bau mal hier unten halt die Fackeln hin geht mir aber langsam doch der Stein aus hier jetzt habe ich auch viel Stein benutzt ey was macht man hier weg hier ey wieso greift ihr den hier an toll jetzt brauche ich sie auch nicht mehr angreifen die sind ja fast schon weg so komm ich hier schneller hin irgendwie ja eigentlich bloß hier durch aber das macht auch keinen wirklichen Sinn wie sieht es hier aus das und das weg das und das weg und das weg eieieiei das ist ja echt alles sehr seltsam hier gut jetzt habe ich aber meine Werkstatt hoffentlich genau jetzt habe ich meine Werkstatt jetzt kann ich endlich meine Mühle bauen Mühle mache ich dann hier hin dann können wir endlich rummühlern hier und dann können wir Ackerland bauen das ist auch sehr interessant das kenne ich bisher auch noch nicht speziell bearbeitet den Boden auf den Pflanzen wachsen können das hört sich doch sehr gut an dann machen wir doch einfach mal 10 und dann habe ich die Technologie schon für mich entdeckt ähm und dann schauen wir mal wo wir das Gewächshaus sozusagen bauen mhm da gibt es einen Steinofen den brauchen wir natürlich auch dazu brauchen wir Steinmauern dann basteln wir mal 6 Stück eine neue Aufgabe haben wir gut hat sich doch ein bisschen gelohnt wir haben jetzt endlich unsere Werkstatt bauen wir aber hier irgendwie äh noch Licht da können wir auch das Ding hier bauen eine kleine Fackel dann schauen wir mal was wir hier noch das mal das Turmspitze könnten wir machen das ist aber alles nicht so wahnsinnig wichtig die Reliefs hier die sind nett anzusehen sieht aber nur schön aus und bringt uns nix oder wie als Wanddekoration das ist schön das bietet nochmal Komfort da können wir noch eins mal bauen hier und was haben wir denn da noch lassen wir mal da schon ein bisschen durchgehen diese Stein Treppen die finde ich eigentlich auch recht cool machen wir mal 20 Stück davon oder wie machen wir mal 20 Stück wo tun wir die denn hin da wo das Eis ist die sehen dann auch noch ein bisschen schöner aus das gibt noch ein bisschen Punkte für das Aussehen und dann was ich hier gar nicht gemacht habe hinteren Blöcke ersetzen genau und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es heißt Attack und ich bin dankbar fürs Zuschauen und tschüss das ist das ist ich bin dankbar für alles